Du bist fett, Dave. Ich war bei deiner Beerdigung. Ich hab lange getrauert deinetwegen. Susan, wusste sie es? Ich war sieben Jahre lang dein Partner, Mac. Ich hab dir nie was verheimlicht. Tut mir leid, Dave. Ehrlich. Mein Leben wurde... düster. Noch Kontakt zu den Jungs? Schon seit Jahren nicht mehr. Wir waren Wahnsinns-Themen, oder? Du bist fett, Dave. Ich war bei deiner Beerdigung. Ich hab lange getrauert deinetwegen. Susan, wusste sie es? Ich war sieben Jahre lang dein Partner, Mac. Ich hab dir nie was verheimlicht. Tut mir leid, Dave. Ehrlich. Mein Leben wurde... düster. Noch Kontakt zu den Jungs? Schon seit Jahren nicht mehr. Wir waren Wahnsinns-Themen, oder? Ich hab zwei Bücher signiert. Mehr nicht. Danke dir. Sollen wir dich wirklich nicht am Flughafen absetzen? Nein, ich komm zu Recht, Brian. Dank. Schön, dass du gekommen bist. Gute Nacht. Gute Nacht. Würdest du mir ein Gefällen? Ja. Sieh mal, was du dazu rausfindest. Ja. Also noch ein Essen. Ich guck, was ich tun kann. Ja. Aber ich fliege morgen nach Brüssel. Ich dachte, du bist im Ruhestand. Oh, das bin ich. Genau wie du tot bist. Okay. Gute Nacht. Sehr gut. Gute Nacht. Hey, wie geht's? Ich bin der Fahrer, der ihre Freundin nach Hause gefahren hat. Die Kreditkarte war ungültig. Kommen Sie rein. Sie fragen gar nicht, ob sie gut nach Hause gekommen ist? Ich will ihre Kameras, Handys, alles, womit sie gefilmt haben, was sie ihr vorhin angetan haben. Du hast heute an die falsche Tür geklopft, Opa. Komm her. Kennst du Star Trek? Ja, Sir. Ich hätte gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, Sir. Robert, ich hab nachgedacht. Es ist wirklich toll, dass du all diesen Fremden hilfst. Aber das wird das Loch in deinem Herzen nicht ausfüllen. Es ist meine Pflicht, dir solche Sachen zu sagen. Ich bin die einzige Freundin, die du hast. Mac. Susan ist tot. Susan hat in einer gefährlichen Welt gearbeitet. Ich hab mir alle Überwachungsvideos angesehen. In dem Zimmer ist noch was anderes passiert. Wer hat das getan? Wer auch immer das war, es waren hochprofessionelle Attentäter. Die verwischen ihre Spuren. Niemand ist sicher. Sie wissen nicht, was Sie da angefangen haben. Sie hätten sich nicht auf einen Krieg mit uns einlassen sollen, McCoy. Falsch. Sie lassen sich auf einen Krieg mit mir ein. Ihr Fehler war, meine Freundin zu ermorden. Davon gibt es kein Zurück. Wir alle müssen für unsere Sünden bezahlen. Die wonen. Die wirkenden ist nicht, wie sie legen. Vielen Dank.